Der ängstliche Blick auf die Statistik ist nur etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Dazu gehört Thorsten Fink nicht. Er weiss um die Stärke seiner Mannschaft und auch um die Schwächen. Im zentralen Mittelfeld spielte Granit Xhaka. Neben Tabral, Yappi fehlte wegen eines Todesfalles in der Familie. Der FC Basel tat sich anfangs ordentlich schwer gegen das Schlusslicht. Eme Gara erlief den riskanten Rückpass von Tempo. Ferrati noch bei ihm. Eme Gara holte aus dieser guten Möglichkeit nichts heraus. Das ist sein großes Problem. Die Effizienz fehlt. Tempo spielte übrigens für Shaqiri, der vorerst auf der Bank blieb. Chiris Forza nahm von allem Anfang an viel Einfluss, coachte sehr aktiv und seine Spieler brachten den FCB erneut in Schwierigkeiten. Eme Gara gegen Ferrati und Geze führte nach 13 Minuten 1 zu 0. Das erst dritte Saisontor des Stürmers, zum zweiten Mal, traf er gegen Basel. Beck Ferrati sah hier gar nicht gut aus und Costanzo rannte seinen Verteidiger noch über den Haufen. Innocent Eme Gara hat das Tore schießen also doch nicht verlernt. Von wegen Chancen tot. Eine Minute später. Basel brachte kein Bein vors andere. Der starke Zuba. Dann Pavlovic, gute Flanke. Costanzo kam zu spät und wer jubelte schon wieder? Innocent Eme Gara mit dem Doppelschlag innerhalb von 83 Sekunden. Basels Keeper muss diesen Treffer auf seine Kappe nehmen. Seine Vorderleute spielten schlampig und der sonst so starke Goalie zögerte einen kurzen Moment. Das genügte, um Eme Gara den zweiten Treffer zu ermöglichen. Geze tanzte und der FCB war nur Zuschauer. Thorsten Fink war restlos bedient. Nur von den Zürchern war etwas zu sehen. Der FCB leistete sich Fehler um Fehler. Die nächste GC-Chance eröffnete sich Steven Lang. In der 35. Minute dieser Eckball für Basel. Abraham kam zur ersten Torchance für die Gäste. Das sagt alles über den uninspirierten Auftritt der Basler. Gäste, man muss es in dieser Klarheit sagen, spielte den FCB in dieser ersten Halbzeit an die Wand. Super! Eme Gara fast wäre ihm hier der Hattrick gegen den Meister gelungen. Diese ersten 45 Minuten waren etwas vom Besten, was Gäste in dieser Saison gezeigt hat. Torsten Fink traute seinen Augen nicht. So schwach war Basel bisher. Eme Gara allein war gefährlicher als Frey, Streller und Stocker zusammen. Basel jetzt nach der Pause dann doch entschlossener. Marco Streller. Dann Tempo. Die Flanke. Auf Frey. Tor für Basel. Denkste. Alex Frey. Stocksauer. Passierte hierfür die gelbe Karte. Und nun die grosse Frage, Offside oder nicht? Tendenziell eher Offside, aber vielleicht war es auch gleicher Höhe. Auf jeden Fall lagen nun die Nerven der Basler blank. Nach einer knappen Stunde kam Shaqiri als Verteidigerersatz für den humpelnden Safari. Gäste stand nun nur noch hinten drin. Konnte das junge Team den Vorsprung halten? Basel drückte. Tempo. Streller. Aber Sven König wehrte ab. Geht sie kann nur ganz selten nach vorne. Heirovic. Eben eingewechselt. Aber Kostanzo war noch mit den Fingerspitzen dran. Ein drittes Tor hätte das Spiel entschieden. Jetzt ein Freistoß für Basel. Streller stieg hoch. 80. Minute. Nur noch 1 zu 2. Ging da noch was? Oder ist der FC Basel zu spät aufgewacht? Geht sie bis jetzt? Konterschancen. Emi Gara. Schoss er doch noch sein drittes Tor. Abgewehrt. Nachschoss ab Rashi. Wieder nichts. Und dann schwächte sich der FCB selber. Für diesen Rempla kassierte Tempo zum 2. Mal gelb. Und musste vorzeitig vom Platz. Ja und dann war das Spiel aus. Für den FCB endete es mit einer riesen Enttäuschung. GC ist eben doch der Angstgegner. Und Innocent Emi Gara war heute für einmal nicht der Loser, sondern der Winner. Der Matchwinner.